Musik Wir befinden uns an Bord von MS Europa 2 hier im östlichen Mittelmeer und auf dieser Reise haben wir ganz besondere Gäste. Weinauswahl take 6. Wir haben zwei internationale Models und ein Filmteam, die hier verschiedene Werbespots drehen. Und natürlich die größte Herausforderung für uns hier für die Besatzung, aber auch für das Filmteam ist, die Gäste so wenig wie möglich zu stören. Aber da wir hier an Bord von MS Europa 2 aber sehr viel Platz und Freiraum haben, gibt es natürlich auch genügend Ausweichmöglichkeiten, dass unsere Gäste überhaupt nicht gestört werden. Musik Ja, wir drehen hier mit internationalen Models und einem großen Kamerateam mit mehreren hundert Kilo Equipment. Musik Unsere Aufgabe ist es jetzt die Größe des Schiffes, die Freizügigkeit, die Suiten und natürlich jeden Morgen, jeden Abend und am Tage einen fantastischen Ausblick. Es gibt da den Katalog, da sind auch verschiedene Bilder zu sehen, aber das gibt natürlich nicht so ein View, als wenn man einen Film produziert. Das ist natürlich auch im Film relativ schwierig und es ist eigentlich nicht so, wie es der Gast erlebt. Wir können nur kleine Auszüge zeigen. Musik Ja, wir vom Film sind es normalerweise gewohnt, dass wenn wir irgendwo drehen, großzügig absperren. Das heißt, da kommt niemand ran, nur Kameramann, Regie und Requisite und andere Gewerke. Ja, hier ist es anders, hier ist normaler Gastbetrieb auf dem Schiff und da müssen wir uns halt so ein bisschen anpassen. Und da gab es aber großartige Unterstützung von der Hotelabteilung, Hoteldepartment. Ja, und der Dreh hat wunderbar geklappt. Wir haben alles im Kasten und ich glaube, der Film wird richtig gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020